Ich liebe dich, weil ich ein Kind von dir bin. Mein Hamburg, ich vermisse dich, wenn ich einmal nicht bei dir bin. 800 Jahre bist du alt, wie groß bist du geworden. Du bist das schönste Aufenthalt, das Paradies im Norden. Hamburg, ja, bleib wie du bist und schenk uns deinen Segen. Wir lieben dich, so wie du bist, bei Sonne, Wind und Regen. Das war die Kabel, die mich beim Singen unterstützt hat. Die kann nämlich ganz gut singen oder konnte ganz gut singen. Leider ist sie ja schon tot. Und ich habe gesagt, nee, nur ich, ich kann die Stimme nicht immer, ich halte die Stimme nicht und ich versauere die Lieder und kenne den Text nicht. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt hole ich mir professionelle Unterstützung. Ziel ist 688, das ist die Nachtlinie vom Rathausmarkt zum Bahnhof Altona, die von der PVG, von der Pinnerberger Verkehrsgesellschaft betrieben wird. Ist eine Klotz- und Ackerlinie, weil diese Linie hat es echt in sich. Sowohl die Fahrzeiten sind äußerst anspruchsvoll, das heißt, man hat da richtig zu arbeiten, als auch die Pausenzeiten sind nervtötend und fast nicht, kann man fast nicht nehmen, weil man ständig zu spät ist. Und ja, ich muss es aber mal zeigen, deshalb fahre ich es einfach mal. So schlecht ist es auch nicht. Das Interessante ist eben der Einsatz, aus einer anderen Busgesellschaft, die natürlich auch so ein bisschen sehr... 219.011 muss ich mir jetzt merken. Das darf ich jetzt nicht verquatschen. 219.011 müssen wir hier in das Ding eingeben. und dann OK drücken. Jetzt raschelt es und das heißt, wir sind richtig beschildert. Und dann müssen wir eigentlich auch schon starten und losfahren. Weil... Entrückte Tür hochzuziehen. Nee. So. Und ab dafür. Ach so... Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und manchmal 14 Minuten. Aber Unfälle habe ich auf Hamburg kaum. Höchstens, wenn ich mal versuche, irgendwie Verspätung rauszufahren und dabei unaufmerksam bin und so, dann passiert auch mal was, aber sonst ist das eigentlich eine relativ unfallfreie Map, so würde ich es mal bezeichnen. Es gibt es schlimmer. So, 3-3. Schmeißen wir die schnell raus hier. So, gleich wird er los. So. Was auch nervig ist, äh, der Ausstieg an einem Tierflügel. Ein Türflügel ist fürs Einsteigen, ein Türflügel ist fürs Aussteigen. Dadurch verzögert sich das auch alles immer mächtig an der Hältestelle, weil, äh, normalerweise beim Aussteigen ja Bedeflügel benutzt werden. Gut, man steigt natürlich, äh, man läuft ja eigentlich immer rechts, aber, äh, beim Aussteigen gilt ja die Regel, äh, erst aussteigen, dann einsteigen. Und das macht man in Omsi natürlich nicht und dadurch bilden sich hier Schlangen und dadurch verzögert sich auch der Fahrgastwechsel. Der dauert dann, äh, doppelt so lange, wie er endlich dauern müsste. Das ist alles nicht so aussieg worden, sag ich mal so. Man müsste diesen Omsi-Klönchen irgendwie noch beibringen, dass er sich an die normale Regel erst aussteigen, dann einsteigen, zu halten haben und dafür beide Türflügel benutzt werden. Aber das wäre wahrscheinlich für eine Skriptsache und das würde vielleicht nur noch ein bisschen zu sehr Rechnung kosten. Ich habe jetzt mal über uns aufpassen an der Ampel, weil, uh, die steht im Bild. Äh, die ist ja schön dichter am Bordstein, wenn sie nicht sogar drüber ragt und die habe ich schon drei oder viermal mit dir runtergerissen. Da habe ich jedes Mal gewundert, warum schimpfen die denn so? Was hast du denn mal jetzt runtergerissen? Ich habe auch gedacht, wir können... der wollte uns mal verarschen. Aber jetzt... jetzt doch. Jetzt doch. Dankeschön! Oh mein, WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH